Mitreißend erzählt, modern inszeniert, Event-Movies in Kino-Qualität, die großen Pro 7-Premieren. Diese Schlacht kennt keine Helden. Sie kennt nur Opfer. Alle Männer, 16 Jahre und älter. Aufstehen! Ihr seid auserwählt, das Vaterland mit der Waffe zu verteidigen. Eine aussichtslose Mission. Die Amis dürfen nicht über diese Brücke kommen. Jawohl, Herr Kohl! Ein verzweifelter Kampf. Weiter! Eine tragische Liebe in Zeiten des Krieges. Ich will nicht, dass ihr hier verreckt. Ihr könnt ihr nicht aufhalten. Hau ab, du blöde Kuh! Franka Potente, Robert Höller, François Göske und Lars Steinhöf. Die Brücke. Die Brücke. Die Brücke. Die Brücke. Vielen Dank.